hallo schnell das ist eine neue aufnahme von skybox und heute eine kleine also ich will gerade eine kleine sache sagen und zwar jetzt seid mir zu inaktiv das liegt einfach daran meine die videos werden kaum geschaut und also ich wollte fragen ob ihr noch aktiv seid weil meine videos dann kaum geschaut die quote von daumen hoch und daumen runter ist halt sehr wie soll ich das jetzt sagen sehr niedrig aufrufe sind auch sehr niedrig also okay das war's jetzt mit dem thema und ich habe durch den lieben gem grüße an dich wenn du das video siehst der hat mir einfach mal premium gekauft ich weiß auch nicht warum ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt hey digga kauf mir mal premium nein nein ich hab eigentlich nichts gesagt er hat mir das einfach gekauft auf jeden fall finde ich es mega nice der wir spielen mit dem knopper kit und versuchen jetzt eine runde zu reißen weil ich hatte gerade eine failaufnahme das so ist ja gerade meine turnspur gelöscht das heißt ich kann die jetzt nicht einfließen zahl ich will unbedingt jetzt gegner kaputt machen so richtig kaputt und zwar hier ein kleiner trick trick oh das war mit dem schwert anstatt mit dem knüppel ja fürs blatt ne das war jetzt wirklich nicht extra vor nächster hallo das knüppel geht dich liebe es ist so cool und choral dann gehen wir mal weiter zum nächsten ich muss euch sagen das knüppel geht es echt über also sehr stark wenn man das richtig einsetzen kann keine ahnung was ich gerade hier gemacht habe also wenn man das richtig einsetzen kann kann man damit echt so viele kills machen in einer runde mal die tante mal die tante oder sweet boy macht was ja ich weiß wenn man logo und hat ich hab ich merke was ich für eine quip habe überhaupt nichts kann ich so was ich kann ja wirklich nicht oh gott dein scheiß ernst es ist dein scheiß ernst mein spaß ja ich will es jetzt nicht so nice bird oh nein oh nein oh nein oh nein ja oh 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 ja oh oh das Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt nicht wohl sein Ernst. Wie teilt das First Last Bird? Letztes Blut? Glaube ich jetzt mal. Ich bin aber gut in Englisch. Nichts hier denken ich schlecht sein. Ja, das hat ein Alex Skin. Der kann nicht gut sein. Weil Leute, das müsst ihr euch mal merken. Alex sind die Leute, die mit Minecraft gerade angefangen haben. Weil Steve Skins sind einfach nur, dass die Skin Server laden. Und Alex Skin ist der normale Skin, also den man nicht benutzen kann. Deswegen, also merkt euch das lieber. Hey, ein paar Schadenleisch-Barts. Oh mein Gott, der hat voll das heftige Schwert. Ich würde sagen, es ist die da schwer. Der traut sich anzugreifen. Von mir sollte man eigentlich nicht anwenden. Guck mal, was ich für Quippe hab. Alter! Ja! Ist doch nicht toll, der Mann. Aber der Typ ein Spinnetz. Der hat das gerade schlau gemacht. Dann gehe ich halt weg. Du, bi, du, bi, du, bi, du. Du, bi, du, bi, du. Och, ey. Leute, wir müssen jetzt irgendeinen killen. Wir müssen's. Warte mal. Ich mach mal kurz was. Ich mach mal kurz was mit dem Mikrofon. So, jetzt liegt es vor meiner Fresse. Also, über mir besser gesagt. Also, ich hoffe nicht, dass ihr jetzt meine Tastatur hört. Außer, wenn ich übelst draufhabe. Alter, Mann. Ich hasse einfach diese Leute. Ey, ich hab so das schlechte Equip, Mann. Und die haben Angst, mich anzugreifen. Das ist doch dumm. Der, der kommt, der kommt, der kommt. Dö, bi, du, bi, du, bi, du. Dö, bi, du. Der verpisst sich jetzt nicht. Das sag ich ihm jetzt. Dö, bi. Dö, bi. So, dann hab ich... Haben wir den auch? So. Das war auf jeden Fall ein ehenwütiger Gegner. Eigentlich nicht. Der hat ja übelst gekämpft, Mann. Dann gehen wir mit den anderen nach. Hoffentlich. Hä? Wo ist der? Ach, Digga. Der verpisst sich grad, ne? Ach, dieser Pisser, Mann. Ah, James, nein, nein. Also, der mir das Premium geschenkt hat. Der sweete Boy. So. So. Oh, shit. Ich kam her. Und das ist mein Untergang. Na, du sweete Boy. So. Alter. Schwede. Wie dumm war das denn, hm? Ich hab'n Dir-Helm. Jupp. Ich weiß nicht, was ich machen soll gegen so... Die haben alles so OP-Crips und ich gammel hier mit meinem Scheiß-Crips rum. Scheiße, wo ist das der Weg? Ach, hier. Sollen wir angreifen? Ich weiß ja nicht. Besser wär's. Juhu. Juhu. Ja. So. Ähm. Okay, ich glaub, der hat sich nichts Gutes. Hopp. Dann gehen wir. Nein! Oh, shit. Oh, die Durack. Ja, wir haben sieben Kills. Das ist eigentlich ne gute Runde gewesen. Und ja, auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, lasst es ne positive Bewertung kommen. Wenn ihr mich jetzt wie vermögt, dann lasst doch ein Abo da. Und ich würde sagen, ich seh euch im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.